Wir unterscheiden uns von Kirchen, die Alkoholtrinken dulden. Wir trinken keinen Alkohol. Die Bibel sagt, Sprüche 23, 31 bis 32, Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er in Becher perlt, er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Manche Leute sagen, okay, du musst ein bisschen wenig trinken, ist okay. Aber die Bibel sagt, schau nicht auf Alkohol. Wie viel weniger sollst du trinken? Ich trinke keinen Alkohol. Und es gibt so viele Gemeinden, das ist gar kein Problem, sogar den ganzen Tag lang trinken, sie feiern mit Alkohol zusammen. Oh, du bist Muslim. Nein, sind wir nicht. Die Muslime haben von uns das genommen, von der Bibel genommen. Viele Gesetze haben die von der Bibel genommen, aber sie haben ja pervertiert, das ist eine falsche Religion. Und ich möchte einfach ein paar Punkte gesammelt. Ich habe, als ich noch in Deutschland war, habe ich Wittenberg besucht und ich habe dieses Lutherhaus besucht. Es gibt sein Wohnzimmer, seine Schallen, wo er gegessen hat, Kirche und alles. Und er hat seine eigene, Martin Luther hatte seine eigene Brauerei in seinem Haus, okay. Und er hat ein paar Zitate über Bier trinken geschrieben. Lass mich dir ein paar lesen, okay. Wer Bier trinkt, der schläft schnell ein. Wer lange schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, kommt in den Himmel. Lasst uns alle Bier trinken. Lasst uns also Bier trinken. Stark Bier ist die Milch der Alten. Martin Luther, ja okay, guck mal diesmal. Wenn der Teufel dich bedrängt, dann suche die Gesellschaft und Menschen oder trinke mehr. Scherze und rede Unsinn oder tue etwas anderes Lustiges. Manchmal müssen wir mehr trinken, Sport treiben, uns erholen, sogar ein wenig sündigen, um den Teufel zu ärgern. Damit wir ihm keinen Raum lassen, unser Gewissen mit Kleinigkeiten zu belästigen. Wir werden besiegt, wenn wir zu gewissenhaft versuchen, gar nicht zu sündigen. Wenn also der Teufel zu dir sagt, trinke nicht, dann antworte ihm, ich werde trinken. Und zwar ganz freiwillig, nur weil du es mir verbietest. Was für ein Quatsch. Der betrinkene Mensch. Der betrinkene Mensch. Und die Protestanten sind heute auch das Gleiche. Trinken viel. Sie kommen mit all dieser komischen Irrlehre, weil sie betrunken sind. Die Bibel sagt, sei nüchtern. Wir sollen nüchtern sein. Wenn wir trinken, sagen wir komische Dinge. Wir sind fähig, in Sünde zu fallen. Also vermeiden wir das. Okay.